Der Lukas singt, wohin du gehst, und ich muss sagen, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Für meine Begriffe hat das nicht viel mit Singen zu tun, das ist Fußballstadion, Gegröle. Und was ich jetzt machen werde, werden wahrscheinlich viele wie die Pest hassen und werden einen Hassanfall kriegen und werden sich fragen, was glaubt der sich da? Aber für mich ist das im Endeffekt so, also ich muss sagen, zu so einer Art Gesang gehört nicht viel dazu, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, die Toten Hosen feiern damit seit Jahren Erfolge, weil die Leute ja eigentlich nicht unbedingt nach gutem Gesang suchen. Und The Voice Jury sucht anscheinend auch nicht nach gutem Gesang. Sie haben ja gebuzzert und da waren in der Sendung schon wesentlich bessere Leute dabei, die wirklich singen konnten und die wollte man komischerweise nicht.